Viele Menschen leiden unter Zahnfleischrückgang. Der Zahnfleischrückgang kann eine Folge einer Parodontitis sein. Das heißt, der Knochen ist verloren gegangen, weil der Knochen entzündet war. Es kann aber auch sein, dass vor allem Personen, die von sehr schlankem Körperbau sind, der zarte Biotyp sind. Die haben ein zartes Zahnfleisch, die haben einen zarten Kieferknochen und wenn diese Menschen zu fest Zähne putzen, dann putzen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes das Zahnfleisch und den Knochen drunter weg. Das würde man nicht glauben, aber so ist es. Und dann liegt plötzlich ein Anteil der Zahnwurzel frei. Das Zahnfleisch hat sich zurückgezogen, der Kieferknochen hat sich zurückgezogen und jetzt haben wir frei liegende Zahnhälse Zahnfleischrückgang. Häufig ist die Reaktion, ich muss noch fester putzen, damit der Defekt, der da sichtbar ist, auch wirklich gut gereinigt ist und damit wird das Ganze immer schlimmer, immer schlimmer. Solchen Patienten rate ich, erstens eine Schall- oder Ultraschallzahnbüste zu verwenden, weil da schwingen die Borsten und es wird nicht gerieben, sondern die Schallwelle, die Wasserwelle, die dadurch entsteht, hat genügend Energie, um das alles zu reinigen. Wir haben, Gott sei Dank, auch Methoden, um diesen Zahnfleischrückgang wieder rückgängig zu machen. Nämlich dann, wenn kein allgemeiner Knochenabbau, nur ein einzelnen stellender Knochenabbau war. Aber das kann der Zahnarzt beurteilen, das kann man zu Hause selber nicht. Da wird also chirurgisch das Zahnfleisch wieder dort hingesetzt, wo es hingehört. Und jetzt haben wir von Patienten und vor allem Patientinnen gesprochen, die es einfach vom Ästhetischen stört. Total verständlich, dass die Zahnhälse frei liegen. Schlanke Damen und frei liegende Zahnhälse. Da macht man dann folgendes, dass man ein Bindegewebstransplantat oder ein Schleimertransplantat aus dem eigenen Mund nimmt, an die Stelle versetzt, wo die Zahnwurzel frei liegt, das einnäht und hineinoperiert und dadurch wird das Zahnfleisch dicker. Nicht dick, sondern einfach so fest und robust, dass durch das Zähneputzen nicht mehr weiter etwas passieren kann. Also eine wirklich tolle Methode, man nennt das Muko Genival, Chirurgie oder auch Zahnfleisch-Lifting. Das hat finde ich ein Amerikaner erfunden, diesen Begriff. Zahnfleisch-Lifting. Und dann haben wir wieder eine kontinuierliche Schleimhaut-Girlande, Zahnfleisch-Girlande entlang unserer Zähne.